Stell dir vor, du hast einen Wunsch frei und das Einzige, was du tun musst, damit er wahr wird, ist alles hinter dir zu lassen. Würdest du springen? Würdest du alles, was du kennst, eintauschen, um nach dem zu suchen, was das Leben dir beibringen könnte? Was andere Menschen dir beibringen könnten? Es gibt keinen Respekt für diesen großen Körper der Wasser, der halb des Oxygen, das wir breathieren, und wir ihn zerstören. Menschen schießen sie, Menschen schießen sie, und wenn man sich auf dem Weg auf der Straße zieht, gibt es keine Person, die es hilft, zu helfen. Fingers crossed, dass es etwas funktioniert. Ich wollte am Ende, dass wir nicht daran kaputt gehen. Aber das sieht halt jetzt so aus. Es war einer dieser Momente, der dir so für immer im Kopf bleibt. Und es ist kein Scheiß, es ist wirklich so. Ja, ich denke, wir müssen... Untertitelung des ZDF, 2020